Irgendjemand anderes. Ah, das ist nicht so gut gewesen. Achso, das ist nicht so gut. Lass ihn uns töten. Das bin ich. Ich weiß. Der beschießt dich. Ich weiß. Was ist denn? Noch ein. Okay, er ist hinter dem Baum. Kommt er? Kommt er? Nein, warte. Er hat einen Fallbogen. Bleib einfach da. Ich sag dir, wenn er kommt, dann lass uns zum TNT. Er kommt! 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 Doch er kommt! Jetzt muss er eine Waffe in die Hand nehmen oder sowas. Oh mein Gott, er hat einen Kuchen gesetzt. Oh, er heilt sich. Töte ihn los! Ich hab mich auch geheilt. Ach doch, er hat... was hat er denn da? Er hat ein Steinschwert. Also ihr habt die gleichen Dinge und du hast bessere Rüstung. Oh, TNT! Das ist ein Wasser, da ist er ziemlich unbeweglich. Ja warte, ich muss mich regenerieren. Kommt er? Kommt er? Kommt er? Nein! Doch! Halt! Stopp! Bleib da! Also ich sag dir, wenn du um die Kurve kommst. Bleib doch mal stehen! Okay, er... Okay, ihr könnt doch einfach umrunden. Ihr lauft genau so. Oh, er geht schon. Jetzt steht er, jetzt steht er. Der hat er heute wieder als Karte gemacht. Achtung, er kommt! Er kommt jetzt! Er ist hinter dir! Der ist hinter dir! Direkt! Ich würde ihn nicht angreifen einfach. Wir haben die Win of the Match, kiddies! Wie viele Zacken hast du gesagt? Hm, ein paar. Punkte gekocht sind für viele. In welchen Lobby gehen wir? Alter, war das so unstrengend. Geh einfach vor. Ich würde sagen, ich gehe in Lobby 2. Er ist außen mir jetzt 100. Okay. Wir... Machen jetzt vor allem kurz hin und tschüss. Nöten!